Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Championats Video. Heute mache ich mit euch das Mauland Championat und ich bin mal gespannt wie das ausgehen wird. Ich weiß, dass es im Mauland ganz schön gerne leckt und dass ich ganz schön zu Fels neige, aber ich hoffe das Beste draus und wir wollen nicht lange drum herum reden oder drum reden. Bis gleich beim Champion. So, ich bin mal wieder in Gruppe 1. Freuen tue ich mich jetzt nicht, aber guck mal diesen Kreis hier in der Mitte. Oh, das ist voll knuppig. Okay, gleich fängt es an. Ich bin echt gespannt wie es klappen wird. Okay, 16. So 13 Sekunden noch. Okay, ja genau, Schätze. Oh, ich muss noch meine Hose ändern. Hose, da. Sieht zwar kacke aus, aber die ist halt Champion geeignet. Okay. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Leute, überholt mich mal bitte. Wenn man vorne ist, ist man immer voll so im Druck und wenn man hinten ist, macht man das alles immer so geschillt. Okay. Jetzt mache ich das unter Druck. Okay, dass man fährt so schnell, das wusste ich jetzt auch nicht. Ich habe eben versucht ein paar Rennen zu machen. Nur ich habe irgendwie alle verkackt. Aber irgendwie geht das gerade voll gut. Okay. Gleich kommt noch irgendein Fell. Ich erwarte ihn schon. Nein. Nein. Ach, wieso sage ich das auch? Ach, Mann. Immer noch auch. Oh Gott. Nein. Ich habe eben bei einem Championat eine vorgelassen, weil die die ganze Zeit dritte war und damit nicht vorgegangen, weil sie irgendwo gegengeritten ist. Und dann habe ich sie vorgelassen, weil ich das voll traurig fand. Aber, oh mein Gott, ich habe, ich bin, ich bin, oh mein Gott, zweite. Auf dem ersten Platz ist die Layla Sweet Paar. Herzlichen Glückwunsch. Da oben ist auch der Name eingeblendet. Das fällt mir jetzt erst auf. Dann reihe ich mich ein, wo ich mich gerade voll drüber aufrege. Also nein, nicht aufrege, sondern ich freue mich gerade voll. Dann dritter Platz ist Alessandra North Nose. Stefan, äh, achso, herzlichen Glückwunsch. Dann kommen die anderen, die auch gut platziert wurden. Ach, Mann, egal. Ähm, Stephanie C-Cloud, Ruby Artem Shield, Nicole Orange Nose, Zelda Cat Road, Anja Ponyschild, Stella Ponyford, Dalka McValley, Tegan Salzburg, Alina Dragonberg, Victoria Proudhand, Annie Winstone, Annie Sky Cloud, Samantha Queensun, äh, Lola Wisegirl, Kamelia Flowerly, Arisha Yellowly, ähm, und Denise Papiho. Ich bekomme diese Schleife. Wenn ich die verkaufe, bekomme ich 250 Jahre Schlinge. Okay. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Medaille habe. Na? Oh, wie süß, die guckt. Okay, das ist die Schleife. Warte mal, vielleicht komme ich noch näher an die Wand. Wenn wir sind so gut. Ähm, ich glaube, da ist ein Pferd drauf. Ich finde das irgendwie voll knuffig. Nur das Grüne passt halt nicht zu diesem Outfit. Also muss ich mal irgendwie grüne Sachen kaufen, obwohl ich Grün echt verhabscheue. Ähm, ja, das ist die Schleife. Und natürlich hoffe ich, dass euch das... Ich stehe hier echt blöd, ne? Ähm, dass euch das Video gefallen hat, hör auf zu pressen. Ähm, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt diesen... Ich weiß nicht, bei uns ist es im Moment voll warm und ich hoffe auch bei euch. Und ich wünsche euch noch... Immer noch... Wieso wiederhole ich mich eigentlich? Egal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.